Die Anna Byrne Wurt, Alter 39, ICI-Betreuer Gameran, lokalisiert 1985, rekrutiert Dezember 1990, alleiniger Betreuer des ICI-Agenten mit Egnamen 47. Hält eine konstante Erfolgsrate von 97%, Betreuer-Agent-Synergie-Einstufung sehr hoch. Ausführung ist unentwegt tadellos. Auffassungsvermögen und Ortmeier-Skala stets im überragenden Bereich. Mental stabil, mit der Fähigkeit psychologisches Trauma extrem schnell zu verarbeiten. In Anerkennung signifikanter Leistungen befördert, ICI-Rang, Tetra, Juni 2009. Signalgelb durch Gamma-Rang-Betreuer Benjamin Travis. Möglicher Risikofaktor einer zentralen ICI-Initiative. Ermittlungen eingeleitet. Die Anna Byrne Wurt Prioritätsstufe 1a. Tötungsbefehl zur sofortigen Exekution ausgestellt, auszuführen durch Agent 47. Untertitelung des ZDF für funk, 2017